Hallo, mein Name ist Nils Alberts, Inhaber der Firma Alberts Alvertechnik. Ich möchte euch heute unser neues Kundenfahrzeug vorstellen. Ich möchte euch das Fahrzeug aber eben kurz erklären. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Mercedes Arocs 6x6. Das ist der 33 53. Dieses Fahrzeug wurde extra von uns ausgewählt, weil bei Mercedes weltweit Vertretungen hat. Bei diesem Staukasten handelt sich um nur einen kleinen Staukasten. Hier ist dann für die Oberflächen Entwässerungsanlage, die ganze Wasserversorgung vorhanden. Hier ist auch die Tankumschaltung drin. Hier sind wir auf der rechten Seite des Stauraums. In dem Stauraum sind in diesem Falle Mastervolt und Sison Elektronikteile verbaut. Eine 800 Ampire Lithium Batterie ist hier vorhanden, dann drei Wechselrichter mit insgesamt 12 kVa. Wir haben hier noch unsere Sison Bussteuerung. Das heißt, das ganze Fazit ist komplett busgesteuert, sodass man es nachher über eine Handy App nachher steuern und kontrollieren kann. Bei dieser Box handelt es sich um unsere große Stauraumbox, die hinten auf unseren hydraulischen Heckträger aufgebaut wird. Ausreichend Platz für zwei große Motorräder, für Tauchausrüstung, für Surfausrüstung. Die ganze Box kann bis auf den Boden runtergelassen werden. Alles auch über eine App steuerbar. Unsere große Staubox hat natürlich auch Türen an beiden Seiten. Hier noch ein Blick auf unseren Klappbahn-Unterfachschutz. Wir sind die einzigen, die den Klappbahn-Unterfachschutz mit Anhäherkugelkupplung ausrüsten dürfen. Darauf haben wir auch ein Patent. Darauf sind wir auch sehr stolz. In unserer großen Heckstaubox ist in unserem Fall eingerichtet ein großer Fischer Panda 8000 Generator, passend für die beiden Klimaanlagen im Aufbau. Außerdem die Steuerung für unseren hydraulischen Heckheber. Das Ganze ist wie gesagt auch denn über die Handy App steuerbar, aber auch manuell funktioniert es. In unserer vorderen Staubox ist in diesem Falle unsere große Heizung eingebaut. Die Firma Postmarine fertigt die Heizung so, wie wir sie brauchen. In diesem Fall ist das eine 7 kW Dieselheizung, die auch mit Wärmetauschern den Aufbau, warmem Wasser und auch den Motor vorheizen kann, so dass auch bei minus 40 Grad das Fahrzeug ohne Probleme startet. Hier sind auch noch unsere großen Unterlegplatten für unsere hydraulische Nivi-Anlage verbaut. Oberhalb unserer vorderen Staubox haben wir unsere Wasseraufbereitungsanlage verbaut. WM Aquatec hat uns dafür ausreichend ausgerüstet mit einer Desinfektionsdosierung, mit Vorfilter, Nachfilter, mit UV-Filter und mit einer Ansaugpumpe für Oberflassenentwässerung, so dass wir nachher auch Trinkwasser daraus generieren können. Jetzt gehen wir mal in den Aufbau. Jetzt sind wir im Aufbau. Schöne große Liegewiese. Hier kann man auch sozusagen mit zwei Personen liegen und schlafen. Der Tisch ist natürlich verschiebbar, so wie man es möchte. Hier sind unsere Panels. Hier ist sozusagen das Gehirn des Fahrzeugs. Hier kann man alle Zustände über die Tanks, über Spannung, PV-Anlage, Batteriezustände, kann man überwachen, steuern. Alle Schalter sind hierüber zu- und abschaltbar. Das Ganze ist natürlich auch redundant aufgebaut. Hier sind wir jetzt bei der Küchenzeile. Ein zweiflammiger Induktionskochfeld, mit großer Spüle, Tiefkühler, Kühlschrank und Apothekerschrank. In diesem Fahrzeug sind zwei große Klimaanlagen verbaut. Beide sind unabhängig voneinander steuerbar. Jetzt kommen wir vom Wohnbereich ins Bad. Eine Dusche, WC, Duschschrank, großes Waschbecken. Jetzt kommen wir ins Schlafzimmer. Eine große Matratze, zwei x zwei Meter mit umlaufenden Kästen und auch Klimaanlage. Hier ist die Matratze von unten elektrisch beheizt, genauso wie der Fußboden. Der Arox ist das beste Fahrzeug für Expeditionsfahrzeuge mit Mirrocan und Virtue-Kamera.